Liebe Android News Leser, willkommen bei der IFA und wir haben gerade Arcus besucht und Arcus stellt auf der diesjährigen IFA zwei neue Tablets aus. Und zwar das 10.1 Zoll Tablet und das 8 Zoll große Tablet. Das 10er ist im 16 zu 9 Format gehalten und das 8er im 4 zu 3 Format. Ja, zu den Daten, es gibt jeweils drei verschiedene Versionen von beiden Tablets. Einmal in der 8 GB Version, einmal in der 16 GB und einmal in der 250 GB Version mit Festplatte. Das ist eine SSD Platte und die 8 GB Version bei beiden Tablets hat einen Dual-Core Prozessor von Texas Instruments von 1 GHz und die 16 GB und die 250 GB Version hat dann 1,5 GHz pro Kern. Ich schalte es mal ein, das 10 Zoll Tablet. So, ja. So, jetzt. Android 3.2 Honeycum. Die Bedienung recht gut. Läuft sehr flüssig alles. Großes Display. Und so. Viele Apps sind jetzt nicht vorinstalliert. Ich zeige euch mal die Settings über das Tablet. Ja, Android 3.2 Honeycum. Und mehr ist dazu auch nicht zu sagen. Ganz normal Vanilla Honeycum, wie ihr es schon von anderen Tablets kennt. Es läuft auf jeden Fall ganz gut, was man von einigen nicht so behaupten kann. Ich zeige euch das Gerät einmal von allen Seiten und zeige euch die Besonderheiten des Teils. Ja, wie gesagt, 10,1 Zoll großes Display. Wir haben hier eine Frontkamera. Kann 27, 720p HD Videos aufnehmen oder halt für Videotelefonie benutzt werden. Das ist das Arcus 10.1. Auf der Rückseite haben wir einen Kickstand, was auch nicht jeder hat. Lautsprecher. Und zu diesem Schacht sage ich euch gleich mehr. Lautstärkewippe auf der linken Seite. Das war die rechte Seite. Und auf der linken Seite haben wir HDMI-Anschluss. Das ist wahrscheinlich der Audio-Anschluss. Das ist der Speicherkartenslot. Der ist bei der 250 GB Version nicht dabei. USB-Anschluss und der Ein- und Ausschaltknopf. Ja, was ist Besonderes an dem Teil? Das ist ein Slot für einen 3G-Stick. Ich habe hier einen OMTS-Stick von Arcus auch, der für 49,99 verfügbar sein wird. Ganz normaler USB-Stick, der auch in einem Notebook oder PC verwendet werden kann. Hier kommt die SIM-Karte rein. bevor man das in das Tablet rein tut, einmal hier die untere Klappe abnehmen, hier hinlegen und reinschieben. Dann haben wir aus der WLAN-Version eine 3G-Version gemacht. Ja, das Gerät ist gut verarbeitet. Ist ein bisschen schwer, meiner Meinung nach. Obwohl hier viel Plastik verwendet wird, aber ansonsten ganz ordentlich die Verarbeitung. Ein kurzer Vergleich zwischen 8 Zoll und 10 Zoll. Sind jetzt nicht so dick, also nicht zu dick, aber auch nicht so schmal wie die Samsung-Geräte, aber das ist auch nicht der Anspruch. Die Kosten, die fangen mit dem Preis bei 250 Euro an, das 8 GB Gerät und 8 Zoll. Bei 250, wenn ich mich nicht irre. Und das geht hoch bis 3,99 bei diesem Gerät. Ja, und wenn ihr ohne Android nicht leben könnt, haben wir noch andere Sachen für euch. Und zwar ein Android-Festnetztelefon. Da läuft der Android 2.2 Froyo. Ich schalte das mal ein. Wo ist der Ein- und Ausschaltknopf? Ach, da ist er. So. Froyo, wie ihr es kennt, ja, ist nicht auf dem aktuellsten Stand, aber braucht man beim Festnetztelefon wahrscheinlich auch nicht. Das Display ist ein resistives Display, was ich schade finde, aber bei dem Preis kann man auch nicht viel erwarten. Ansonsten könnt ihr hier ganz normal Android nutzen, Apps installieren. Den Market sehe ich gerade nicht. Aber man kann ja bei Android auch auf anderen Wegen Apps installieren. Sehr leicht und, ja, besteht größtenteils aus Kunststoff. Und wir haben noch was für euch, und zwar den Arcus Android Radio Wecker. Der hat sogar eine Frontkamera, hat das Festnetztelefon übrigens auch. Ihr könnt sogar Videotelefonie betreiben damit. Und ich versuche das jetzt mal zu entsperren. Wo wird das entsperrt? Ja, erst mal die Anschlüsse hinten. Da, genau, da ist der ein Ausschaltknopf, Audioanschluss, Speicherkartenslot, USB-Anschluss. So, und, ja, so sieht das aus. Ganz normal Android 2.2 im Landscape-Modus. Market sehe ich jetzt hier auch nicht. Aber dann könnt ihr, wenn ihr morgens früh aufwacht, direkt mal ein Spiel spielen oder ein Foto von sich schießen, wie ihr so morgens früh ausseht. Das war's von uns, vom Arcus Stand. Wir haben tolle Geräte gesehen. Wir ziehen weiter und weitere Infos zur IFA findet ihr auf der Giga Microsite. Das war's von der Giga Microsite. das war's von requier. Wir ziehen wieder hier an.